Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und diesmal wird es ein LPT sein mit den lieben Christian und wir haben uns dazu entschieden, dass wir mal Widget ausprobieren. Also wir sind komplett allein, ne Christian? Wir haben überhaupt keine Ahnung. Servus miteinander, Servus und Prost! Also es ist wirklich schweine schweine warm und deswegen haben wir uns entschieden mal was zu spielen, was jetzt nicht so anspruchsvoll ist, aber ja schon Spaß macht und da haben wir gedacht, Widget könnte klappen und ja, wir sind jetzt gerade im Auswahlmenü. Wir sind ja nur zu zweit, aber das macht ja nix. Und ja, zum Spiel zu sagen ist, es ist von Daedalic. Von dem, in welchem Jahr weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich bin super vorbereitet. Es ist wirklich sehr, sehr spontan hier gerade. Aber spontan soll ja immer das Beste sein, ne? Juuu. So. Ja gut, Christian. Wie fangen wir an? Ja, ähm, möchtest du Hexe sein oder Jäger? Ach, nachdem ich wirklich fang mal als Jäger an. Okay, alles klar. Dann mach ich die Hexe und dann schauen wir mal. Also Christian ist sehr, sehr gut, muss ich jetzt schon sagen. Schmarrn! Aber diese Map ist auch ziemlich, ziemlich fies, muss ich sagen. Wir haben die Suchphase auch auf fünf Minuten gestellt, weil wir vor zwei Testrouten gemacht haben und halt so gemerkt haben, daher, dass wir zu zweit spielen, ist es ziemlich schwer, wirklich jemanden zu finden. Bist du ne Banane? Ne. Also ich kann dir sagen, ich seh dich. Das ist doch schön, das scheiße. Das ist doch schön. Kacki. Ich seh dich. Ja. Einer, was ist denn das für ein Gummis? Ich sag ja, das ist das Mohen für Arme. Das machst du aber toll, Christian. Wunderschön machst du das. Also wie gesagt, es ist echt wirklich schwer, einen einzigen zu finden. Auf so einer Map. Ja, dann müsste man die Hühner eventuell in dem Fall schneller los schießen können. Ja, das stimmt schon. Boing. Kann ich auch. Oh, ich bin scheiße. Ja, ich merk's. Hust, hust. Ich trinke mal nebenbei was. Ja, ja. Also noch bin ich voll safe. Christian, wo willst du denn hin? Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt Banane unterwegs bist. Nein. Ich bin keine Banane. Ne Ananas? Nein. Kokosnuss? Nein. Melone? Nein. Was es ja alles gibt. Ja, ganz viel. Mir graut es auch schon, wenn ich Jäger machen muss. Ich merk's. Hier gibt's wirklich mehr als viel. Also ich, ich kann dir sagen, ich bewege mich sogar. Na toll, hier sind tausende Baumwedel deflattern. Na ja, als Baumwedel kannst du dich ja nicht verwandeln. Der versucht da erstmal raufzukommen sah schon sehr nice aus. Oh, fuck. Hab ich sie doch. Nein. Da war ich zu, zu vorschnell. Nein. Au. Hier ist Alferwand. Warte. 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 Das ist Alferwand. Ich kann nicht mehr fliegen. Das ist mir wurscht doch du Alferwand. Sag mal, aber äh 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 nein au ah. Das ist echt mies. Scheiße. Man kommt irgendwie nicht so schnell weg dann. Tja. Ja, mit dem fliegen kannst du bloß eine bestimmte Zeit, ne? Ja, es ist irgendwie... Naja, aber wie gesagt, wir sind ja noch vollkommen eine Laie. Wir haben keine Ahnung von diesem Spiel in dem Sinne und... Oh, oh. Wir können für eine Map abstimmen. Welche? Okay. Ja, zu spät. Hä? Okay. Äh, ja. Dann bin ich mal der Jäger. Hex, Hex. Ich kann Knoblauch werfen? Hex, Hex. Achso, das ist die ganze Zeit Knoblauch. Was kannst du? Knoblauch? Ich dachte, wir sind Kartoffeln. Okay. Hab ich auch gedacht. Magieblocker. Okay, okay, okay. Ja, Prost. Prost. Das ist ne coole Map. Oh wei, oh wei, oh wei. Die ist nicht so groß. In dem Sinne. Ich hätte nix mit Kohlensäure trinken sollen. Ich merk es grad. Okay. Christian, mach dich auf was gefasst, du. Ich komme! Aha. Ich sollte nicht so wie ne Bekloppte immer rumballern. Ach, hier kann ich nämlich nicht rumballern mehr. Das Huhn ist aber, glaub ich, besser. Ich glaub, der Knoblauch ist dann so, dass die Magie dann komplett geblockt wird. Also in dem... Puh, keine Ahnung. Also ich glaub es zumindest... Wie gesagt, ich spür's ja heute auch das erste Mal. Ja, wir haben halt voll die Ahnung. Jupp. Ich... Ich... Ja. Ich spür das. Ich hab das im Urin. Du bist hier ganz in der Nähe. Die Map ist nämlich nicht groß. Aber die hatte, glaub ich, noch nen Untergrund. Bin ich der Meinung. Okay, ein Scheißhaus bist du schon mal nicht. Dann geh, dann geh. Ey. Jetzt, was dir alles bezeichnet wird. Ja, Mann, da ist ein kleines Klohäuschen. Soll ich denn machen? Hätte der... Hätte der... Hätte der Klohäuschen auskacht? Nein! Ich bin gleich in der Scheißhaus hier. Weil... Das ist schon besser. Das reagiert wenigstens. Das... Das ist voll... Das erschwert die Bedingungen hier. Für mich. Was? Siehst du gut? Ah, ja. Warte mal. Ah, mein ich doch. Okay. Du bist bestimmt im Untergrund. Bestimmt. Christian! Ja! Wo bist du? So wie er lacht, hat er mich schon gesehen. Ach, schon paar Mal. Paar Mal. Siehst du mich jetzt gerade? Nein. Okay. Bist du oben oder unten? Nein. Nein! Hallo! Daraus falle ich nicht herein. Das Huhn wäre aber geiler. Wirklich. Dann schmeißt doch mit Schicken um dich. Nee, kann ich ja nicht. Das ist ja... So eingestellt auf dieses Knoblauchzeug. Ach... Jetzt komme ich mir. Du hast jetzt statt dem Moon... Ah, okay. Dann ist natürlich kacke. Hä? 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 Fetty kommt hier nicht raus. Aus dem einen Eingang. Aber hier bin ich schon alles abgegangen. Steckst du wieder fest? Wo steckst du wieder fest? Ja, ich versteife mich jetzt so auf unten. Und ich habe einen ganz, ganz miserablen Orientierungssinn. Ja. 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 Da widerspreche ich jetzt einmal nicht, ne? Das kenne ich von anderen Spielen schon. Ja, ja. Wenn, dann... Dann gibt's mir richtig. Ahem. Jeder, wie er es braucht. Das weißt du doch. Schein... Wie ist denn alles wieder zertrümmert? Du siehst mich! Schon die ganze Zeit. Da boing! Wo bist du? Ah, das gibt's doch nicht! Wo bist du? Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Dabei ist die so klein, die Map! Tü. Tü, tü, tü. Tü, 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 tü! Und zwar, du bist am Anfang mit dieser Sprungfeder hochgesprungen auf den Berg, auf den Kragen, den eigentlich... Ja. Und ich war so ein Walfangspeer. Ja, das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht. Ja, und da hast du mich runtergeschubt und dann bin ich in irgendeine Ecke hineingefallen, das sei nämlich drin. Nee. Eindoch. Nee. Eindoch. So eine Sauerei, ey. Okay, jetzt werde ich mich sowas von gut verstecken, du wirst mich niemals finden. Ich sterb leise. Geil. Hass. Ich verspüre Hass. Jetzt ist Krieg ausgebrochen. Hm. Bin schon wieder dagegen geknallt. So. Ähm. Ja. Bin am Anfang gleich hochgeflogen, hab mich in der Halbbrugie verwandelt und du springst hoch und schubberst mich. Du bist genau auf mich draufgesprungen. Toll. Kannst du denn dumm? Nein. Äh. Das bleibt auch mal nicht. Okay. So. Mal gucken. Mal gucken. So. So. Hast du jetzt eigentlich wieder das Huhn? Ich habe das Huhn, ja. Sauerei. Meinst du, ich nimm da... Ja, ich konnte nichts anderes auswählen. Wirklich nicht. Diesmal werde ich mich kein Stück bewegen. Ich werde dir keinen Tipp geben. Gar nichts. Überhaupt nichts. Du musst doch schon wieder lachen. Was? Nein. Ich werde dich schon wieder lachen. Ich werde dich nicht lachen. Alles suche Piano hier. Ich gare meinen eigenen Saft. Es ist viel zu warm hier. Jo, das geht mir nicht recht. Das machst du aber sehr schön. Ja, und so zu, Leute. Ja, ich erwisch dich schon noch. Warte mal. Krieg dich. Ich krieg dich. Doch, doch, doch. Nein. Diesmal wirst du mich nicht kriegen. Ja, ich bin. Du Stück, du bist Abkraut. Wenn man einen Unbenehmblick gerade angeschlagen hat. Was? Nein, das kann gar nicht sein. Vielleicht doch, aber ich bin jetzt ganz weit weg. Ich bin Spider-Man und werf mit Kartoffeln und Hühnern. Hm, hühnern. Ah! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! ich schaff das nein es gibt's nicht das ist doch alles das ist schon mehr Bedroh der hat doch Wallhack der hat Wallhack der Kerl doch doch nein oh man das gibt's nicht ey ja alter ok einmal kurz aufschreiben das spielen wir nicht mehr mit Christian der ist so gut oh man na vielleicht bin ich auch einfach viel zu schlecht oh jetzt muss ich wieder Jäger sein ja ich möchte ich möchte das tauschen ich möchte nicht wie geht denn das wie kann ich das wechseln wie was wechseln Huhn ach ja Huhn Huhn ich möchte das Huhn haben ok ich hoffe ich hab das Huhn jetzt weh ich hab das Huhn nicht doch ich hab das Huhn und die Map ist wieder so groß warum kriegst du die kleinen Pipi Maps ok ich geb mir jetzt Mühe Leute wirklich das wird die letzte Runde hier finden eine Kuh macht viele Kühe machen äh äh ah klein wir haben wo ist das wird die letzte Runde wird diese Folge werden und ich werd dich finden ich sag das dann wenn du mit Wunden hast ja ja haha ich kann dir heben äh ähm so Ja, ich gehe ja davon aus... Du kennst die Map ja nicht. Also ich habe das ja schon mal im Let's Play gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass... Ich weiß nicht, dass du das wenigstens weißt, wo. Aber ich glaube, ich versteife mich schon wieder hier. Aber mein Huhn macht schon wieder gar nichts hier. Ich sage ja. Hast du mich schon mal gesehen? Guck mal, ich kriege noch nicht mal mehr Antworten, ey. Ich habe doch vorhin schon gesagt, auf diese Tricks falle ich nicht rein. Ich darf mich nicht mehr so bewegen. Du kannst hier alles sein. Die Map ist riesig. So ein Scheiß. Mein Huhn interessiert das aber alles nicht. Das macht ein bisschen Borg-Borg und kürtelt ein bisschen rum und das war's auch. Ich komme hier nicht mal hoch. Ach, hier ist eine Eiferwand. Und da fliegt sie wieder. Eigentlich sollte ich den Besen haben, nicht du. Aber gut. Ja, das Problem ist, du hast mich jetzt gesehen. Aber das Ding ist... Okay, also daher, dass du mich gesehen hast, musst du auf jeden Fall hier oben sein und nicht im Untergrund. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Das ist echt schwer. Mensch, du doofes Huhn. Jetzt reagier doch mal. Mach doch mal was. Ich hab ein trauriges Huhn. Da wollte ich gar nicht drauf. Ja, aber... Naja, bewegt hast du dich, glaube ich, noch nicht. Doch, doch. Ich bewege mich an der Hand. Ach, nee. Dann logisch. Hallo. Oh. Ich finde ja wenigstens so nett und bleib erst mal da. Okay. Ja, jetzt bist du weißer Geier wieder wo. Daher, dass du mich nicht mehr gesehen hast. Hä? Was ist denn mit... Was ist das? Ih, was ist das denn? Was? Hä? Was sind das für komische Pilze? Was haben die mir jetzt angetan? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Jetzt bist du bestimmt im Untergrund. Nö. Wenn du nö sagst, meinst du ja. Ich bin jetzt im Untergrund. Nö, ich bin nicht im Untergrund. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin nicht im Untergrund. Ich bin jetzt aber im Untergrund. Ich habe nur noch 23 Sekunden. Who cares, ey? Viel zu groß. Das ist unschaffbar. Willst du mich verarschen? Direkt vor meiner Nase, du... Aber ich habe doch eben Teddy befeuert. Ja, ich habe gewechselt. Da bin ich gerade neu in den Teddy. Warum sehe ich jetzt wieder nichts? Es sind die Pilze. Was wirfst du für Kackpilze? Fuck. Scheiße. Was? Es sind die Pilze. Die kann ich abschieben. Es ist doch echt eine Sauerei. Da läufst du dann desorientiert umeinander. Okay. Also ich würde sagen, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, der Christian, da freut sich. Natürlich freut der Christian sich. Ja. Ja, ja. Aber ich würde sagen, das war es für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Diggi Daumen. Tschüss. Ciao, ciao.